Ach, jetzt bin ich genau da wo ich hinwoll, da schon noch. So, gibt es noch ein paar Relikte? Nee, gibt es keine. Schade, ich dachte, gibt es noch ein paar Relikte. Ja, gut, dann halt nicht, aber ja, ja, auch die man immer gerade hingestellt hat. Feinstein nehme ich doch gerne da. Jetzt müssen wir gucken. Okay. Haben wir bald genug. Ich hoffe es. Los, verteilen wir ein paar davon in der Stadt. Lucas, bleib hier und bastle noch mehr. Nur so als Reserve. Aber Lucas, da hat sie so gefreut auf den nächsten Abenteuer. Ja, okay, aber ja, ja, jetzt weiß ich, dass ihr eure Namen hinter mir seid. Wir sind, glaube ich, irgendwo hinten rausgekommen. Ja, ja. Fein sind wir da unten lang gespaziert. Jetzt laufen wir hier oben lang. Und ich denke mal, wir werden an die auch gleich, wir auch. Mensch, löscht doch das Ding Mist. Ihr habt doch mir gegen mich keine Chance. Ja, ja, wie gesagt, ich hätte mir die App runtergeladen. Du willst mich da mal verholen, die B-P-N. So. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So. Das ist sicher Ganderhaasflotte. Wozu andere Brandschatzen und Plündern lassen, wenn man es selber tun kann? Reiter, was siehst du? Wollen die bleiben oder ziehen sie weiter? Das sieht ganz wie ein Blitzüberfall aus. Sie sammeln Relikte und Sonnensteine und ziehen dann weiter. Der Doc und ich verteilen jetzt die Sender. Ich hoffe, sie nehmen einen mit. Neck, versuch du bitte meine Stadt zu beschützen. Geht klar. So. Wir haben aber keine schöne 7.2 Kobalt Invasion. Okay. Oh, ich muss das denn? Das ist ja neue Sachen. Mist. Mist. Nein. Nein, das ist von beiden Seiten. Das ist unfair. Ich bin auch nur alleine. Nein. Ja. Ja, wenn es ein finishing move. Obwohl wir wissen, etwas überlassen. Ah, die Straßenleiter hat gar nichts verprügelt. Da gibt es nur ein paar Sonnensteine. Ah, die haben auch wirklich alles ... 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 Sonnenstein, die hier stehen so Geräte rum okay ja Polizei hat schon alles abgesperrt aber die machen auch nichts gegen die Roku weiter und wir müssen jetzt da runter oder gibt es hier noch irgendwo in der Ecke das sieht nicht so aus zumindest erkenne ich ja nix so so wer die drei erkennt ungefähr das weiß ich jetzt aha aber das bringt uns nützlich trotzdem nix denn wir bereiten uns jetzt systematisch vor wie es nachzieht auf den Häuptlingskampf wieder denn der müssten wir eigentlich auch gleich wieder finden vermute ich mal denn nur tot können da nix sagen so ok da lebt ja immer noch so da hat die also die victoria oder Alpenquatsch victorias seine freundin weiß konnte ich mal wieder heißt das erfunden ich hab sogar solche Artus aber nach wie vor finde ich die ziemlich total ässlich ähm ja bisschen seit wohl nicht mal ganz bei trost oder was so ein schön gebad für uns ja so kann man doch auch da kann man nicht hoch so genau hier breiten ist tatsächlich auf den endkomfort und da drüben sehe ich schon ein paar rober da äh mal guter guter brauchen wir jetzt noch nicht ran zu springen hopp ein glas kleine gewirms und hat mich aber voll erwischt so ich wollte schon da äh äh ich wollte keinen endkomfort so ein kleiner zwischenbus achso haha ich sehe gerade dass meine sonnenenergie ja vollkommen aufgeladen ist da wir ja die geräte nicht bekommen um für die sonnenenergie aufzuladen zu anteuern zu erhöhen sozusagen das ist eigentlich die ganze zeit was ich noch schon sagen wollte äh so ich habe mich die app runtergeladen die es dazu gibt die herzlichen next quest und so das war dann gleich wenn ich wieder zu flach kommen ja und äh das ist ein drei gewinnsspiel wie ich es ja schon gesagt habe ach ja ja mehr gibt es ja nicht und ja man kann ja da ist der nächste gegner ja man kann ja die geräte gegenstände für die geräte äh sammeln mehr macht man da eigentlich nicht das ist immer ziemlich mehr oder weniger äh sind da neun level insgesamt glaube oder wollen sie ein paar mehr ich weiß jetzt nicht aber das ist ziemlich äh ja ziemlich trostlos als gegenseit zu diesem äh den spiel ja selbst immer ist das dieses drei gewinnt dort ziemlich äh ja mehr oder weniger ja eigentlich äubern dass das dabei ist dass es gibt nochmal so existiert alles nur weil damit man die äh geräte sammeln können oder was weiß ich äh ja gibt ja gibt es jeweils eine zwischensequenz denke ich mal ja 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 das wir lösen werden mit gandahar gehen wir weiter ja ja die die beiden verstecken sich da und ja die haben wir zu brei ja die bahn so ach ja so nein eigentlich brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr das ist ja die haben wir ja ein bisschen eigentlich cowl noch blatt alles ja aber glaub nicht da greifiert keiner die empfüren wir sondern ich nehme er ein das ist sie ist verletzt nämlich selber ist die die vorzeuge baut aus welchem grund warum auch immer vielleicht hat sowas begegnet was nicht begegnen sollte und da hat sie verwandelt das ist ja was alt bekanntes von ok so haben wir jetzt kundig hatte ich besinnen sonnenergie einzusammenhängen ok ja gibt es nichts weiter wir müssen direkt durchs gebäude ist auch so witzig aber trotzdem fände ich ja einfach einmal frei ja wenn ich aus es ist nicht schwer das spiel ja ich komme ja so wenn man hier hoch wir haben die immer ganz frei so ok was schon irgendwie ja auf den aspekt hier mit den äh bin ich auch schon auf äh schon ein paar mal eingegangen ja mit den so schön wie das auch ist so 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 schnell ja mensch so kann ich auch nicht mal kann ich auch nicht mal aussprechen richtig äh man sollte es auch bewusst einsetzen und nicht so wie es eben hier eingesetzt worden weil wo bleibt denn da da spielspot was ähm ja so 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 ja das war klar wo sollte ich auch hin wenn die ja einmal durch überhauen so na komm die brauch mal die brauch mal auch wenn es nicht viel energie gibt hier gibt es ein bisschen mehr so na gut also es doch ein bisschen übrigen lassen haben so und du bist du auch rein sogar mit gutem finishing move das sieht immer wieder ab und brabend aus mit so einem move da die gäste ist kaputt ich brauche mal nichts kaputt zu machen geht ja nicht weiter ja mich wundert es eigentlich so dein einsatz ist lobenswert aber irgendwann kann man auch einem haufen metall und steine nicht mehr schaden zufügen ich stelle sicher dass das nächste treffen mit knack sein letztes ist du könntest hilfe von den jungs aus der forschung und entwicklung brauchen komm mit ich hab da was das könnte dir gefallen was mich ärgert ist dass er mich nicht nur überwältigt sondern ausgetrickst hat nichts was großkaliber waffen nicht regeln können liebling du verstehst es eine frau zu trösten ich wünschte bloß wir könnten irgendwie diese tür öffnen was das angeht habe ich uns hilfe besorgt willst du mehr darüber erfahren